so was ist denn was hast du denn? Nein, falsche Recht! Das andere Recht! So Leute! Das ist aller gut zu kluss! Kein Lächeln! Ich schwitze wie ein Schwein übrigens! Das ist jetzt so eine Information, die hätte jetzt niemand gebraucht. Ja, trotzdem hat sie von mir gegeben. Quest! Ich hab gar keinen Bock mehr diese Quest zu machen. Aber ich mach sie kurz. Ich kann sie noch gar nicht annehmen. Mir wird auch noch nicht mehr so ein... Oh Gott, oh Gott! Schnell, schnell, schnell! Mach was, mach was, mach was! Ich bin gleich tot! Aaaaaaah! Ich sterbe! Oh Gott! Okay, cool! Die Situation ist überstanden. Ist ja richtig anstrengend mit dir. Achso, ich hab ja... Was? Was immer noch? So ein Glück. Der Hund ist tot. Das ist ein gutes Zeichen. Das heißt, der würde dich ja eigentlich nicht angreifen. Nee, ich glaub das tun sie sowieso nicht, wenn die angekettet sind. Von den Toten? Doch, die greifen einen an. Ja? Die haben eine relativ hohe Reichweite, glaub ich. So, bleib mal bitte hier. Ich bleib hier. Ich will mal kurz um die Ecke laufen, dass da auch noch ein Bösewicht kommt. Ein Bösewicht. Ein Bösewicht, naja, wieso? Wie sagt man denn sonst? Ja, weiß ich auch nicht. Wie sagt man denn? Eine Halunke! Eine Halunke, ja, das ist natürlich moderne. Oh scheiße. Oh mein Gott. Ich werd attackt. Attackt? Ja, weißt du was das Problem ist? Ja, du musst dich hinter diesen Schild verstecken. Nee, ich muss das Schild nehmen. Ja, du musst das Schild nehmen, genau. Kurve March, echt jetzt. Schild verstecken. So wie ich das jetzt mache. Ich komm ja nicht mal dazu, dieses verkackte Schild zu nehmen. So, Mother Trucker. Oh Mann, Alter, was regelt sie denn da? Was? Wie, was? Das krieg ja sogar ich hin. Ja. Mit meinen zarten Levelschwein. Lass auf dich in das Feuer, du Null. Ja, ich seh's. Oh scheiße. Ich kann mich auch nicht heilen gerade. Oh, wenn ich jetzt noch einen abkriege, dann... Ja, dann kriegt man lieber keinen ab. Okay, ich weiß auch nicht, was ich jetzt machen soll. Ah! Aber egal, ich lauf wieder rein. Was nutzt er denn alles gut? Kannst du die Mops noch so lange aufgeben? Hab ich. Die sind ja schon tot. Die sind natürlich schon tot. Ja, okay. Mann, ey. Tolle Wurst, echt. Ja, so viel zum Thema Professionalität. Ja. Ist ja nicht mit dir nicht möglich. Alles ist mal wieder, ne? Liegt mal wieder an mir. Ja, da hast du wohl recht. Leichnam von... Also egal. Einfach beiseite schieben, das Ding. Haha. Vier Minuten hätte ich noch drauf warten müssen, dann hättest du mich wieder lassen können. Hast du das, ähm... Ne, du bist kein Ingenieur, ne? Ne. Hm. So. I am... there right now. Ja. Wird dir nicht Englisch reden? Causi. Achso, wir müssen Deutsch sprechen, ja genau. Ne, wir müssen nicht Deutsch sprechen, aber dein Akzent ist ja so brutal stark. Ich hab überhaupt... Hallo? Das stimmt gar nicht. Wie, das stimmt nicht? Ich werd... Weißt du... Ich weiß wie Leute klingen, die, äh... äh... Wozu? Also ich meine, wieso... muss man da noch diskutieren? Es ist ganz schön dunkel draußen, ne? Das kannst du mal lautsprechen. Das war echt, ey. Halt. Ich muss hier auf sein. So. Warte dort. Ich werde das alleine... Warte hier! Ich geh vor. Ach, hier war früher... Okay, kannst du grad nicht sehen. Hier ist der kleine Raum. Hier war früher dieser Hundetyp. Dieser Hundezüchter. Ja, weiß ich. Ich war auch schon in der Instanz, als die... Ja, der wird gleich von seinen Hunden zerfleischt. Oh nein! Echt? Wird er von seinen Hunden zerfleischt? Scheiße, ich war noch nie hier. Das ist gar nicht so. wie das aussieht. Äh... Willst du mich vorallern? Ja, sag mal, hältst du mich für bescheuert? Ich weiß noch, wie diese Scheiße in mir geht. Oh Mann, also der ist so unfreundlich manchmal. Okay, Pöpel, noch ein bisschen weiter. Du hörtest nicht so an, als ob du dich gerade gewundert hättest. Deswegen hab ich das so gesagt. Außerdem sagst du immer, dass du dich nicht auskennst mit den ganzen Instanzen, weil du schon ewig nicht mehr Leveln warst. Also... Ich dachte, es könnte vielleicht sein, dass du es nicht mehr weißt. Also mein Gehirn funktioniert ganz gut. Außerdem weißt du doch, dass mein Langzeitgedächtnis super ist. Aber das ist jetzt nicht das Thema hier. Ja, okay. Das ist nicht das Thema. Der Meister aller Gedanken. Wir sagen jetzt gar nichts. Uppala, jetzt hab ich gehustet. Oh Mann, alter Schwede. Ja, gehustet. Naja, wir haben Würfelhusten halt, ne? So, mach ich das mal klar hier. Ob und ob, ne? Scheiße. Hab ich was vergessen? So, wie zu draußen warten, während ich den Boss hier klammert, oder? Vielleicht sollte ich die erstmal klammern. Klar gemacht. Warte hier oben. Äh, was? Genau hier warte ich. Okay. Dann warte mal die Sekunde. Zack. Ganz toll. Ähm. Jetzt fählen wir nur noch ein bisschen zum Level ab. So, ungefähr. Ah, ein Fünftel. Waffenmeister Harlem besiegt noch 0,25 Sekunden auf Schrecke. Wie kommt man denn hier am besten wieder raus? Wir sind ja noch nicht fertig. Ach was, wir sind ja noch gar nicht fertig. Entschuldigung. 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 Lass nicht zu, dass du so einen kleinen Schmarrotzer, die sich hier ziehen lassen. Ah, das wird bereits genutzt. Ah, da ist noch einer. Ne, wo ist denn Gold hinkommen? Habe ich. Ganz toll. Deine ganzen Silberstücke, Silberlinge. Äh, wer das Silber nicht ehrt, ist das Gold nicht wert. Ah, mir fällt mir dazu nicht ein. Mhm. Zack. Das Scharlach, ach ne Quatsch, die Scharlachroten Hallen. Wo waren wir jetzt? Gut. Schon vergessen. Bitte? Wo wir jetzt waren. Scharlachroten Hallen. Die Scharlachroten Hallen, gut. Ganz genau. Muss ich irgendwie auch nicht beschreiben. Ey, warte mal, wo ist denn hier die Fragezeichen Tussi? Und diesmal haben wir nicht eine halbe Stunde oder mehr dafür gebraucht. Schlauze. So, da werden wir die Quest abgeben. Was benötigt dir? 30 Silber einkassiert. Ja, ganz, ganz toll. 30 Silber einkassiert. Upp, was. So. Hier ist ja andere Abschnitte. Kathedrale, glaube ich. Gut, machen wir gleich da weiter.